Ich muss jetzt mal gucken, wie komm und ich gern hier weg Sieh nackenick, jetzt muss ich jetzt mal gucken, wie komm ich hier weg Ey, man! Lass dir wohl nicht mit mir dabei raus! Hasst du da wasgekommen? Das ist der 3 Meine, skrrt, skrrt, skrrt! Skrrt, 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 skrrt! Juhu. Yuhu! Mach so dein leise Huss! Weit du, was i am Brzaka machst?! Ey ey, was nennst du, du Mistgeburt, Mann! Wehn nennst du Mistgeburt, Mann! Ey 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 Ne fick dich, Mann! Wen nennst du Mistgeburt, Alter, wer hab die Scheiße, Mann! Ich bin letztem Wichst in meiner Hälfte. Oh, hey! Stopp jetzt. Hallo, hübscher Prinz aus Los Santos. Hübscher Prinz, LoL-Styler, Knuddel-Style, Rosen-Gib-me-Rose-Style-X-0-X. Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo. Gibt es noch L5-D-Roll? Ach, bist du das, Günther? Ach so, Catfish, ja. Oh, also zurück ist gerade RIP. Was ist da? Amo nachweil, ich stand da 30 Minuten. Ich hab mich da vergessen. Ich bin nächst mal wieder reingeframiert. Wie darfst du sein? 30 Minuten. Amo nachweil, hab ich ganzes, ich ist okay. Scheiße. Komm, hol ich Amo nach, Kui, Mann. Digga, der Junge ist extra reingekommen, um euch das zu sagen. 30 Minuten. 30 Minuten, Mann. Ich fick die Hand. Ich liebe diesen Junge, ja, zu geil, Digga. Amo nach, jetzt, jetzt hab ich wieder raus, Amo nach. Ja, nee, glaub ich, es ist eher aus wie ein Anfänger, oder was? Ey, er hat aber recht, ja. Ihr habt ihn eine halbe Stunde da vergessen. Ich hab sogar extra gefragt, wo ist Suju und der Officer sagt, keine Ahnung, er rät hier irgendwo rum. Erlieferung. Was, neue Erlieferung? Bin ich irgendeine Ware, oder was, im Gesicht? Ich hab's dir, Alter. Bin ich hier bei DHL, oder was? Naja, bitte vor die Tür treten. Was ist das, Hacker? Verkehrspolizist. Das ist der Schmal. Er war fein mit seiner Hand. Komm mal von vorne, bitte. Lauf mal vorne, bitte. Komm mal von hinten, wie das aussieht, wie so ein Verkehrspolizist. FITNESS. Warte mal. Ey, wer klingelt da ganz Zeit, ja? Okay, okay, wait, I come under, ja? Ich fick ihn gleich. Wait, wait, wait. Ich fick ihn gleich. Komm mal näher. Wait, wait, wait. I come under. Hey, Digger. Wir alle zweifeln nicht an meiner Männlichkeit. Ohne Scheiß. Wenn ich ihn auspacke, dann kriegst du Komplexe. Dann kriegst du Komplexe. Ich sag dir das. Zweifel dran, Bruder. Lass dich doch hier fesseln. Nein, nein. Lass dich doch einfach fesseln, Digger. Mein Kind war ja sogar größer. Das hat sie nicht gesagt. Wallah, das hat sie nicht gesagt. Ich fick mein Leben, ja? Oder ich hab's nicht gehört. Was hat sie nicht gesagt? Ich hab's nicht gehört. Ich hab's nicht gehört. Ich hab's nicht gehört. Ich hab's nicht gehört. Okay, das ist schlimm. Nee, nee, geht. Kleine Platzhunde. Hinten am Puff. Okay, perfekt, perfekt. Das ist ja schon. Wir haben Verbrannzeug rumgemacht. Die Kopfschmerzen hat sie geschmissen. Ja, ja. Okay, dann bis später. Bis später. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bruder, alles plan. Guck, alles plan. Alles plan. Alles plan. Alles plan. Wo ist Andi? Wo ist Andi? Andi? Dann lass den erst mal im Knast ab, dann holen wir dich ab. Ich brauche einfach mal. Steig aus. Und Dick. Und Dick. Und Mist. Morgen, jah. Mein cie, mein sieh' aus wie Saman. Was geht, Lee? Oder wie auch immer du noch mal haben? Ich hab mich mal gesehen. Ey, du hast uns voll leer und weggelebt. Arto, schnell, 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 komm hier lang, komm hier lang. Arto, schnell, schnell, komm hier lang, komm hier lang, komm hier lang, komm hier lang.